Ich habe bemerkt, dass es in letzter Zeit vielen Geschwistern schwerfällt, sich von der Verlockung der Dunja fernzuhalten. Gehörst du vielleicht auch dazu? Muslime laufen den falschen Versprechen des Scheitans hinterher. Der Kuffur, der sich breitgemacht hat, macht uns falsche Versprechen. Man sagt uns, dass wir unseren Herzen folgen sollen, dass wir tun sollen, was uns persönlich glücklich macht. Dabei sollen wir nichts anderes beachten als unsere Vorlieben. Nicht einmal die Worte Allahs sollen dabei eine Rolle spielen. Bist du auch etwa darauf reingefallen? Strebst du etwa auch einen Weg an, der nicht der Weg des Islam ist? Oder führst du ein Leben, welches fern von dem Leben ist, welches Allah für dich vorgesehen hat? Wenn das der Fall ist, möchte ich dir sagen, wie lange noch? Es reicht. Allah hat dir doch alles gegeben. Du lebst in Sicherheit und Luxus. Dir fehlt es an nichts. Du hast Essen und Trinken, Strom und Wasser, so viel du benötigst. Mehrere Schränke voll mit teuren Klamotten und die neueste Technik. Viele unserer Geschwister haben das nicht. Dennoch dienen sie Allah und wenden sich nicht von ihm subhanahu wa ta'ala ab. Du bist als Muslim geboren oder hast den Weg zum Islam gefunden. Die Antworten auf das Leben trägst du bereits mit dir. Viele Nicht-Muslime verlieren ihren Verstand. Auf der Suche nach den Antworten, die du bereits hast, hör auf der Dunja hinterher zu laufen. Sogar diejenigen, die die Dunja in all ihren Facetten gekostet haben, haben dadurch keine Zufriedenheit erlangen können. Sie waren immer geplagt von Sorgen und innerer Leere. Doch diejenigen, die Allah gedient haben, waren immer zufrieden. Es sind deine unislamischen Freunde, die dich in den Abgrund von Jahannam führen können. Wie lange möchtest du deine Zeit noch sinnlos vergeuden? Mit Serien, Instagram, TikTok und Spielen. Wie viel Energie möchtest du noch verschwenden, um reich zu werden? Du vernachlässigst dafür sogar deine Gebete und verpasst Vorträge oder arbeitest sogar in einem Haramjob. Deine Versorgung liegt doch bei Allah und wurde bereits 50.000 Jahre, bevor deine Seele überhaupt erschaffen wurde, bestimmt. Mein Bruder, meine Schwester, dieser Weg hat dir doch nie gut getan. Du bist doch selbst nicht zufrieden damit. Egal wie schön eine Sünde scheinbar ist, egal wie sehr sie Spaß macht, du weißt selbst, dass es sich nicht lohnt. Ein paar Momente des verbotenen Genusses sind niemals die ewige Reue wert, die du haben wirst, wenn du Allahs Zorn erregst und im Feuer von Jahannam landest. Der Islam jedoch hat dir immer gut getan. Erinnere dich daran, wie du dich immer im Monat Ramadan fühlst, wenn du fastest. Wie schön das Gefühl ist, für Allah zu hungern und für Allah das Fasten zu brechen. Die innere Ruhe, die du mit dem Hören und Lesen des Korans erlangst, bekommst du sonst nirgendwo. Die innere Zufriedenheit, nachdem du gebetet hast, ist doch das schönste Gefühl, was es auf dieser Welt gibt. Du weißt doch selbst, dass der Islam die Wahrheit ist. Allah hat alles erschaffen und Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, mit seiner Botschaft an uns entsandt. Bist du einmal traurig, antwortet Allah, der Erhabene im Koran, sei nicht traurig. Gewiss, Allah ist mit uns. Egal, was dich an Prüfungen und Erschwernissen trifft, Allah ist mit dir, mein Bruder. Allah ist mit dir, meine Schwester und wird deine Probleme lösen, über Wege, die du nicht erwartest. Brauchst du einen Rat oder ein Vorbild, zu dem du aufschauen kannst, antwortet Allah subhanahu wa ta'ala dir. Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Kehr um und bereue bei Allah, denn der Tod kennt kein Alter. Der plötzliche Tod ist Realität. Du gehst jeden Tag schlafen und übergibst deine Seele, Allah subhanahu wa ta'ala. Nur durch seine Erlaubnis kehrt deine Seele jeden Morgen zurück in deinen Körper. Also worauf wartest du? Kehr um, bevor die Tore zur Reue geschlossen sind. Kehr um, bevor dein Tag der Abrechnung beginnt. Nimm dir diese Worte zu Herzen, bevor es zu spät ist. Ein Ratschlag von deinem Bruder im Dien.